So, 1 der geht noch. Alles klar, tut mir leid. Wie lange machst du noch? Ich mach jetzt instant aus, alter 4. Ich weiß nicht, keine Ahnung, bis morgen oder so. Wird er stärker? Ne, egal. Oder macht ein anderer Kombi. Bis morgen, nein, bis morgen nicht, da muss ich arbeiten. Mythos, grüß dich. Das war's. 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 So mal gucken, den Dach haben wir echt gut genutzt. So, wieder gegen Gordon, mal gucken. Der hat ungefähr die gleichen Talente, gell? Ne, der hat noch den Wirbel drin. Der ist ein bisschen schlechter von den Talenten. Ich block halt mehr. Souverän. So, jetzt haben wir nochmal 15% mehr Geschick. So, jetzt haben wir nochmal 15% mehr Geschick. Achja, Slashroffel, da können wir demnächst auch deinen... Für den Livestream hätte ich gerne deinen Thumbnail. Beziehungsweise müssen wir das Twitch-Logo noch einbauen. So, jetzt sein Kollege noch. Ja, wunderbar. Hast du doch das Twitch-Logo, dieses ausgefressene? Samtenhalb, ja, Slash macht das richtig gut. Sehr gut. So, Hunger haben wir. Wie langt das um? Wir probieren es mal. Hast genügend Brüste drauf gemacht, ja genau. Besser als das ausgefressene, sehr gut. Ja, natürlich, wichtiger, natürlich, Baby. Machen wir mal. So, dann... Ne, Moment, haben wir noch was zu essen zu Hause? Ja, haben wir noch was zu essen zu Hause? Ja, haben wir noch was zu essen. So, wir müssen mal die Katze streicheln, die pennt die ganze Zeit da, ne? So, jetzt ziehen wir uns noch einen Schnitzel rein. Fahren kurz nochmal hier mit dem Bus. Schnitzel kaufen. ça, ich gehe mal raus. Was ein Abend, ey, mit diesem Spiel, was ein Sucht-Ding, könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Kommt jetzt die nächste Zeit, kommt jeden Abend, mach ich das, machen wir mal 20 Uhr oder so, gibt's jeden Abend eine Stunde hier von der Aufzeichnung, also wer es jetzt heute gesehen hat, ist natürlich, ne, es gibt ein paar ultimative Kämpfe, die dabei sind, also es lohnt sich vielleicht auch nochmal rein zu gucken. Murdoch, schön, dass du da war, schlaf gut. Ich müsste doch schon hier ne Dauerkarte normalerweise haben in dem Laden. Und dann, wenn du da war, schlaf gut. So, jetzt machen wir unsere Trainingsrunde, Zirkeltraining, ne. ARK? Doch, ARK hat mir, ja, aktuell, ich wollte jetzt mit Chris Play, mit dem wir gestern Division gespielt haben, wollte ich eventuell ARK survive the fittest machen, aber im Moment weiß ich nicht, wie ich das zeitig unterbringen soll. Ja, aber ARK läuft auch ARK schwierig, muss ich sagen, ich habe jetzt echt einen ultimativen Rechner eigentlich so, aber es läuft trotzdem scheiße. Ich bin da ziemlich enttäuscht, dass ARK da nicht schon besser läuft. Sagen wir mal, ist es heute Training? Ne, morgen, sehr gut. Das wird gleich am Essen scheitern, aber ich werde mir ein paar Müsli-Riegel jetzt reinfahren. Ich habe keinen Bock, nochmal loszuziehen, wobei doch, ich könnte losziehen und zuhause essen. Hunger, machen wir jetzt auch, wir fahren im Bus nach Hause, ziehen uns zwei Steaks rein und gehen nochmal trainieren. Geist ein bisschen. Geist ein bisschen. also arg läuft irgendwie schwierig finde ich vor allem wenn er noch aufnehmen muss parallel dann ist es ja noch schwieriger ok schon wieder geworden der will immer wissen also ich habe eine 89 geholt und dachte so jetzt läuft alles top und dann machst du arg an und hast vielleicht 40 50 FPS wenn du aufdrehst vor allem bei mir ist halt auch noch so dass ich ja aufnehmen und das nimmt ja auch noch extrem viel weg also die CPU ist meistens der Flaschenhals man da überlebt er echt eine zweite Runde die beiden schon wieder parallel aufnehmen ist einfach scheiße das ist guck mal auch in Seven Days to Die zum Beispiel ja da habe ich teilweise 70 80 FPS ohne aufnehmen auch mal 100 je nachdem wo er sich befindet dann machst du die Aufnahme an dann fehlen dir mal locker 20 bis 30 FPS weil ich halt auf einem selben Rechner spiele und ich halt auch keinen Bock habe irgendwie mit einem Streaming-PC oder so zu arbeiten eine Aufnahme-PC das einzige was noch eine Möglichkeit wäre wäre eine Crapper-Karte mit der man halt ähm mit der man halt ähm praktisch die CPU entlastet oh mir geht die Austausch runter sehe ich gerade okay dann haben wir den ersten welches Programm nutze ich OBS Home-Podcast mit dem ich auch streame in dem alten OBS kann ich noch Nvidia nutzen zur Aufnahme da habe ich zum Beispiel die Division mit aufgenommen weil das auch ziemlich CPU oh 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 lastig ist ah sehr gut langsam wird's ein bisschen knapper ne also 30% weniger Gesundheit steigt dann Check auf 30 nehmen wir doch mit so dann gehen wir mal einkaufen so viel Geld kann ich gar nicht ausgeben fällt mir gerade mal auf so 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 bitte mal sein deppeli hattest du halt was von Kuchen erzählt ach nur ach ich hab jetzt irgendwie Hunger wir müssen gleich mal Frühstücken oder und dann erst ins Bett ab 60 fps merkt man biologisch nichts mehr also ich finde schon dass man merkt ob was noch so das muss es schon sein damit es meines achtens flüssig läuft für die augen so Das war's. Das war's. Das war's. Jetzt hätten wir so ein Burgerchen fahren können... Oh mein Gott, so einen kleinen Big King. So ein Gute-Nacht-Big King. Lecker! Jawoll, Level 13. Zack. Jetzt müsste ich das Talent nochmal raussuchen. So was Leichtes für die Nacht. Warum verplaniere ich denn so viel Ausdauer? Hat der irgendwas? Ah ja, ok. Wann geht denn für Talente, dass mir... Aber der hat gar nichts. Zack, der erste Niederschlag. Euch haben wir 6 Uhr offen? Ne, ich glaube bei uns nicht. Wir haben keine... Also wir sind nicht hier bei uns in der Nähe. Müssen wir auf die Hanauer fahren oder so. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu weit für nen Burger. Ja. 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 Ich kann es machen. Noch ein 7er-Hoff-Burger in einem 10. Jawoll. Irgendwie ist es gerade ein bisschen leicht teilweise. Ich habe ja kaum noch Niederlagen. Vorhin habe ich 450 Dollar. Was mache ich denn mit 450 Dollar? Ome, vielen Dank für den Host. Bist du auch noch wach. 3 Uhr. Weiß was, ich kaufe jetzt auch noch ein paar Pizzen. Bei der Kohle, die ich hier habe. Heyo. Was für eine Woche da, Kosch. Ciao. . Untertitelung des ZDF, 2020